Christian Friedrich von der Osten, 21. Juni 1819 in Miltisch, war ein preußischer Generalmajor, Chef des Dragona-Regiments Nummer 12 und Ritter des Ordens Pur-le-Merit, Leben. Herkunft Seine Eltern waren der Herr auf Rohrbeck und Hauptmann Hans von der Osten und dessen Ehefrau Sophie Christine Friederike von Beneckendorf. Militärkarriere Osten wurde 1756 gefreiten Korporal im Dragona-Regiment von Blankensee. Während des Siebenjährigen Krieges kämpfte er in den Schlachten von Prag, Kullen, Breslau, Leuthen, Hochkirch, Kunersdorf, Turgau, Lignitz, Freiburg sowie der Belagerung von Dresden und dem Gefecht bei Meißen. In der Zeit wurde er am 7. Februar 1758 Fähnrich und am 14. Januar 1760 Sekondärleutnant. Nach dem Krieg wurde er am 28. Oktober 1767 Premierleutnant und am 2. September 1778 Stabshauptmann. Im Bayerischen Erbfolgekrieg kämpfte Osten im Gefecht bei Trautnau. Am 1. Oktober 1789 wurde er zum Major befördert und am 4. Januar 1790 zum Eskadron-Chef ernannt. Im Ersten Koalitionskrieg nahm er an der Schlacht bei Kaiserslautern sowie dem Gefecht von Hochheim, Limbach, Erschweiler und Bubenhausen teil. Am 7. Januar 1793 erhielt er den Orden Pur-le-Merit für Hochheim. Dazu erhielt er am 25. Februar 1793 die Erlaubnis, den Militärorden des Landgrafen von Hessen-Kassel zu tragen. Am 21. Juni 1798 wurde Osten Oberstleutnant und am 19. Juni 1799 Oberst. Dann am 4. April 1801 wurde er Kommandeur des Dragona-Regiments von Pritwitz. Kurz vor dem 4. Koalitionskrieg am 24. September 1806 wurde er zum Chef des Dragona-Regiments von Brüsewitz ernannt. Er nahm am Feldzug teil. Nach der preußischen Niederlage in der Schlacht bei Jena und Auerstedt zog Hosten sich mit 1200 Mann an die Elbe zurück und schloss sich dem Chor Blücher an. Mit diesem musste er bei Radkau kapitulieren. Daher wurde er am 10. August 1806 inaktiv gestellt und ab dem 10. August 1807 auf Halbsold gesetzt. Am 20. Oktober 1809 wurde Osten noch zum Generalmajor befördert. Am 1. Dezember 1813 erhielt er seinen Abschied und eine Pension von 800 Talern. Er starb am 21. Juni 1819 in Mütisch. Er wurde im Familienbegräbnis der Familie von Lütwitz in Talbendorf beigesetzt. Familie Osten heiratete am 9. Februar 1790 in Obergläsersdorf Friederike August von Döring. Das Paar war ohne eigene Kinder, hatte aber einen Pflegesohn Friedrich Johann, der 1819 als Seconder-Leutnant im 6. Infanterie-Regiment diente.